Donnerstag, 15.08. Feiertag hier im Saarland, Nachtwerk normalerweise geschlossen, aber ich möchte eine ganz wilde Party machen. Das Konzept habe ich schon so ungefähr, soll heißen zumindest die WG Party. Ich stelle 200.000 Euro kostenlos angetränkt zur Verfügung. Eine Palette Stubi, eine Palette Mixery, 60 Liter Wodka, 50 Liter Dryback und und und. Es wird amok. Ich bestelle den DJ, ich bestelle die Türsteher, ich bestelle den Light Jockey. Alles ist sauber, alles ist gut hier im Nachtwerk, wie immer. Das Einzige, was anders ist, ist, dass ihr die Getränke selber mitbringt. Bringt euren Whisky mit, bringt euren Wodka mit, bringt den Dryback mit, bringt Sprite mit, wie auch immer. Ihr könnt alles selber von zu Hause mitbringen. Wir haben zwar auch einen Theken, ihr könnt es da auch kaufen, müsst es aber nicht, ihr könnt es mitbringen. Das ist so der Anfang der ganzen Party. Da fehlen halt noch ein paar Sachen, da brauche ich noch ein bisschen Hilfe. Ich suche fünf Leute, die Bock haben, an dieser Party mitzumachen. Die fünf Leute ziehen quasi in einer virtuellen WG ein und die ist hier im Nachtwerk. Und wir organisieren zusammen die wildeste WG Party, die das Saarland je gesehen hat. Alle weiteren Infos bekommt ihr von mir in einem Vier-Augen-Gespräch. Wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch. Hier sind alle Infos. Ciao. 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 Vielen Dank.